Heute zu Gast im Happy Living Podcast meine Kundin und die Teilnehmerin in vielen, vielen Programmen in meiner Welt, Kathrin Rede. Sie ist Apothekerin und erzählt uns ihren Weg, wie sie begonnen hat, mit dem ersten Happy Place ihre Räume zu gestalten, was das transformiert hat für sie selbst, für ihr ganzes Team, für ihre Familie, ihre Kinder und was das alles möglich gemacht hat. Und mein Ziel war es diesmal auch ein bisschen so eine Geschichte von jemandem zu erzählen, der begonnen hat, die eigenen Räume zu gestalten und mit Intention zu gestalten, was sich eigentlich in relativ kurzer Zeit wirklich, wirklich Großes getan hat. Eine Folge voll von Motivation für euch. Bleibt gleich dran. Heute Kathrin Rede bei uns zu Gast und wir sprechen über ihre Reise in ihrem Room for Success, was die Raumgestaltung verändert hat. Ja, was sich alles bewegt hat. Wir werden über einige magische Dinge auch sprechen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist, Kathrin. Ja, Maria, vielen, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr. Ich fühle mich sehr geehrt. Danke. Ja, wir sind quasi für alle, die auch auf YouTube unser Video sehen, in deinem Erfolgsbüro, das jetzt ganz anders aussieht als früher. Und wir sind vor allem vom Gefühl her ganz woanders, als wir gestartet sind gemeinsam. Erzähl uns mal, wie so der Start war. Wo warst du, wie du auch in meine Welt gekommen bist als Unternehmerin, aber natürlich auch in all deinen anderen Aufgaben als Mutter, als Frau, als die, die sich selbst stärkt? Also gestartet bin ich bei dir ja gar nicht als die Unternehmerin, sondern als Kathrin Ridder, die Mutter von zwei tollen Jungs, als die Ehefrau. Und ich habe, ich bin über wie so viele in deine Welt, die Welt ist klein, über Simone Abelmann, bin ich zur Ordnungsmagie gekommen, weil ich gleich gedacht habe, ich habe immer geglaubt, ich bin total unordentlich. Das hat sich mittlerweile, diesen Glaubenssatz durfte ich auch verabschieden an der Stelle, weil mir ist dann klar geworden, alle haben sehr gelacht, als ich gesagt habe, ich bin unordentlich. Weil wenn ich nicht in Strukturen denken könnte und Strukturen leben würde, dann wäre ich auch nicht da, wo ich jetzt bin. Und als Apothekerin braucht man das natürlich einfach auch fürs Tagesgeschäft. Aber ich bin, die Ordnungsmagie hat mich so abgeholt, weil ich gedacht habe, in kleinen Schritten Happy Places schaffen, drüber nachdenken, mit was umgebe ich mich? Also einfach als Beispiel, zwei Tage vor meinem 50. Geburtstag, mitten im Lockdown, haben wir unser ganzes Schlafzimmer umgestellt. Mittlerweile ist unser Schlafzimmer ganz neu gestaltet. Ich habe immer das Gefühl, ich bin in einem Hotelzimmer immer noch, obwohl es jetzt schon ziemlich lange so ist, in dem Sein, wie es jetzt aktuell entsprechend ist. So ist es angefangen. Ja, das passt auch zu einer unserer letzten Folgen, die wir gerne auch verlinken, wo wir das Schlafzimmer angesprochen haben. Ja, und diese, und das ist das Spannende, dass wir oft im Privaten starten, wie du sagst, und dann transformiert sich da auch etwas fürs Business, ohne dass wir viel tun. Was hat sich da vielleicht gleich am Anfang bei dir auch getan, auch durch das neue Denken über dich und Ordnung? Ja, einfach, ich habe noch mal, ich habe meinen Schreibtisch einfach auch noch mal angeguckt. Wir haben dann schon auch noch mal überlegt, wie stellen wir, wie stellen wir das Büro? Wir haben dann mit den vorhandenen Möbeln noch mal jongliert. Also dieses, so wie es jetzt ist, das ist wirklich noch mal ein Upgrade, was nach der Mastermind einfach entstanden ist in so einem eins zu eins Call, den wir, den wir hatten, wo wir ja auch in dieser eins zu eins Arbeit miteinander einfach auch gestartet sind. Aber sowas wie, wie da vorne die Nelke, weil meine Apotheke, Nelken Apotheke, habe ich jede Woche schon seit langer Zeit eine frische Nelke für die Kunden und für uns quasi eine stehen auf unseren Beratungstischen. Und mittlerweile ist es normal, dass auch eine für meinen Schreibtisch kommt. Also so wie der frische Blumenstrauß zu Hause gibt es auch noch mal die frische Blume hier für meinen Schreibtisch. Und mir ist dann einfach auch klar geworden, dass die Basis ist natürlich zu Hause, auch mit der Ordnung, mit dem, was ich mich umgebe. Aber dass, wenn ich hier noch mal einfach mein Unternehmen weiterentwickeln will, dass es einfach ganz wichtig ist, noch mal zu schauen, mit was umgebe ich mich, mit welchen Gegenständen vielleicht. Also diese Blumenvase habe ich gezielt gekauft, weil ich einfach wusste, die stelle ich nicht in irgendwas, in irgendein altes Trinkglas zum Beispiel, sondern die geht einfach in eine einfache, eine schöne Vase, die auch ein Statement ist. Ja, sehr viel Intention hast du, glaube ich, da auch mitgenommen. Was würdest du sagen, waren so die Dinge, die sich verändert haben durch das bewusste Hinschauen auf die Räume in deinem Zuhause, im Privaten vielleicht? Ja, es sind viele Dinge leichter geworden. Also wir haben auch die Kinderzimmer zum Beispiel neu gestaltet und das merkt man natürlich bei den Kindern, diese großen Entwicklungsschritte, die die innerhalb von kurzer Zeit einfach auch machen, dass die einfach noch mal mega Sprünge gemacht haben und dass die Welt einfach viel schöner ist, wenn ich in einem schönen Zuhause bin, wenn ich in einen Flur komme, wo nicht Chaos ist, sondern wo ich einfach reinkomme und weiß, ich bin jetzt zu Hause und es ist einfach wunderschön in meiner Umgebung und da geht immer noch was. Ja, ich kann mich erinnern auch an einen Call oder wo auch immer das war. Katrin war, glaube ich, in allen, allen Programmen der letzten Jahre und überall dabei. Und wo es um dieses Thema gegangen ist, der Dekoration auch, dass die wirklich, wie groß wirkt sie? Ja, oder es zeigt die eher klein, 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 ja? Und du bist ja jemand, der dann gleich umsetzt. Ja, ich habe dann neue Blumenvasen gekauft und habe dann auch eine große Dekoration gestartet. Und wir waren vorhin auch bei Intentionen in den Räumen. Wir haben, wir haben geguckt, finden wir ein Domizil an der Nordsee und das haben wir gezielt als Intention auch in die Räume gebracht mit dem Sand von der Nordsee, mit mit einem Schriftzug, um einfach das im Bewusstsein zu haben. Und ganz ehrlich, das ist ganz schnell die Intention auch erfüllt worden. Und jetzt gestalten wir da noch mal Räume einfach auch noch mal neu. Ja, also in allen Bereichen neues Zuhause, bestehendes und natürlich auch Erfolgsleben. Was hat sich so verändert in deinem Tun in deiner Apotheke mit dem neuen Blick auf die Räume und auch mit der neuen Gestaltung? Also vielmehr Leichtigkeit. Also wir haben in der Apotheke zum Beispiel zwei Etagen unten ist, findet quasi, ist die Apotheke für die Kunden natürlich da. Wir haben aber Büroräume auch eine Etage höher, so wie jetzt auch der Raum, wo ich jetzt hier sitze. Und es waren immer so zwei parallele Welten irgendwie. Und mit dieser Welle, die wir auch in unserem Außenauftritt haben, haben wir nämlich jetzt zum Beispiel im Treppenhaus zieht sich die Welle nach oben. Wir haben also diese Etagen miteinander verbunden. Und diese Leichtigkeit von einem geraden Balken zu einer Welle, die Bewegung hat, die Intention hat, die nach oben aufsteigend ist, haben wir es einfach auch fertig gebracht, noch mehr Leichtigkeit in unser tägliches Tun zu bringen. Und das ist einfach auch noch mal ein Riesensprung, den wir mit unserem Team einfach auch gemeinsam gemacht haben. Ja, und das, ich meine, jetzt die letzten Jahre und Apotheke, glaube ich, waren nicht unbedingt von den äußeren Einflüssen die allerleichtesten. Wenn du da hingehst, irgendwie ohne Unterstützung der Räume und die neue Energie, all die neuen Vorschriften, dieses sehr, sehr große Arbeitsaufwand, Veränderungen und so weiter. Kannst du da irgendwie hingehen und das vergleichen? Also ich glaube, wenn wir nicht so noch mal bewusst in unsere Räume und mit dem, womit umgeben wir uns, wenn wir nicht so gut hingeguckt hätten, glaube ich, wäre die Zeit noch viel strubbeliger gewesen. Also wir haben das echt mit dem Team auch ganz toll gerockt, auch mit viel Verständnis unserer Kunden, aber die waren wirklich extrem anstrengend. Und deshalb ist es jetzt auch noch mal zu überlegen, also zu sehen mit unserem aktuellen Projekt, Neugestaltung der Apotheke in den Räumen für die Kunden auch noch mal, wie viel Freude das Team dran hat, weil die merken nämlich, was diese Raumgestaltung uns als Team bringt, aber was es dann einfach auch noch mal für das ganze Unternehmen bringen wird, ja. Und die Raumgestaltung, das weiß ich auch, habe bei dir alle möglichen neuen Felder geöffnet. Einerseits persönliche Weiterentwicklung, aber auch neue berufliche. Du hast mittlerweile auch in deinen Räumen ein mehr oder weniger TV-Studio, bist ja auf YouTube mit, also auf jeden Fall empfehle ich euch hineinzuhören mit Homöopathie-Tipps und um die, um alle möglichen Themen. Also was hat das alles freigesetzt für neue Projekte und mutige Entscheidungen? Ja, ich wollte ja gar nicht sichtbar sein. Ich hatte einen privaten Facebook-Account, der hieß Sketchnote-Kate. Irgendwann sagte ich letztens noch mal jemand zu mir, ach, du bist Sketchnote-Kate. Und privat dann noch mal zu sagen, ich zeige mich einfach, so wie ich bin mit allen Facetten, hat dann erst mal dazu geführt, dass ich meinen privaten Account umgenannt habe auf meinen Namen, so wie ich halt heiße, Katrin Ridder. Und dann bin ich angefangen, habe Homöopathie-Workshops online einfach auch gegeben. Aber der große Schritt letztes Jahr war einfach noch mal, dass wir gesagt haben, Neckenapotheke goes YouTube. Wir gründen einen Homöopathie-Kanal, weil es da einfach nicht so viele Möglichkeiten gibt. Und ich finde, es ist so eine tolle Form, sanft sich und seine Familie einfach zu behandeln auch. Und das möchte ich einfach in die Welt tragen. Und da sind wir letzten Sommer mit online gegangen. Und wir haben tolle Rückmeldungen. Ich feiere jeden Abonnenten an der Stelle und auch einfach die tollen Rückmeldungen, die wir bekommen. Also heute war noch eine Kundin da, die sagte, ja, ich hätte gern das Magen-Darm-Mittel. Da habe ich doch das Video gesehen. Und das ist natürlich was, was mich einfach noch mal antreibt. Und ohne diese positive Energie, die ich auch bekomme durch diese Raumgestaltung, durch die Ordnung, die mich immer mehr umgibt, die ich einfach auch brauche, damit ich völlig in meiner Kraft bin und sein kann, wäre das gar nicht denkbar. Ja, das die anderen angesprochen. Was hat die räumliche Veränderung, die du ja für dich gestartet hast und natürlich für deinen Erfolg auch bei anderen verändert, in deiner Familie, im Team, vielleicht auch bei Kunden, bei anderen? Ja, also ich merke einfach, dass durch diese Energie in der Kombination mit wirklich bewusst Intentionen auch zu setzen, das ist ja auch das, was du einfach auch uns beibringst, wenn man mit dir zusammenarbeitet, Maria, was dein Antrieb ist, Intentionen zu setzen und zu gucken, was kann ich daraus machen und wie kann ich Sachen umsetzen? Das macht mir mein Leben so viel einfacher, so viel schöner, so viel reicher. Und das merke ich auch, dass das einfach Wellen trägt in dieses Feld um mich herum und diese Leichtigkeit, mit der wir einfach auch im Team zusammenarbeiten und immer mehr zusammen wachsen einfach und mehr Verständnis aufeinander haben, das ist einfach auch nochmal eine Veränderung, die wirklich, ja, einfach auch so viel Freude macht, das zu sehen. Ja, wunderbar. Das heißt, jetzt kommen neue Projekte und so ein bisschen eben vielleicht auch gibt es Zuhörer und Zuhörerinnen, die sagen, wow, das klingt sehr, sehr groß, aber ich bin so am Beginn und weiß gar nicht, wie ich dort je hinkommen soll. Gibt es da irgendwelche Gedanken, die du für den Weg mitgeben möchtest auch? Also kleine Schritte. Also ich finde, aus vielen kleinen Schritten werden dann halt auch große, wenn man sich umdreht. Und wenn ich gucke, was ich in den letzten Jahren, letzten zwei Jahren, sind es ja erst, und wenn ich so denke, dann so echt, nur zwei Jahre, dann an der Stelle oder fast zweieinhalb jetzt. Diese vielen kleinen Schritte, der erste Happy Place zu Hause in meinem Schlafzimmer, der schon, ich weiß nicht, 25 Mal umgestaltet worden ist, aber so ein paar Grunddetails gehören immer mit rein, die haben für mich den Unterschied gemacht. Ich weiß noch genau, wie ich meine Nagellacke sortiert habe. Das war das Erste, was ich in der Ordnungsmagie-Woche getan habe. Und es war so einfach. Also zu sehen, dass viele Schritte, so Mikroschritte, die sind nämlich dann leicht. Sobald es schwer wird, ist es nicht der richtige Schritt. Und das ist das, was ich, also es darf sich groß anfühlen und es darf sich auch mal so ein bisschen, dass man so denkt, wow, traue ich mir das? Aber wenn ich das nochmal zerlege in kleine Schritte, dann wird was raus. Ja, und die sind auch möglich in Zeiten, wo wirklich viel los ist, viele Herausforderungen im Außen. Bei dir natürlich auch sehr, sehr viel, wirklich Stunden an Arbeit und Nachtdiensten und Wochenende und ich weiß nicht, was alles. Ja, also ich glaube es ja manchmal selbst nicht, dass es erst zwei Jahre sind. Ja, absolut. Also die Zeit ist so verflogen einfach und da bin ich einfach ein großer Fan. Und ich finde auch gerade so, dass das nächste Programm, was ich ja gemacht habe, war dann ja Room for Success, wo ich einfach auch nochmal wirklich gemerkt habe, dass man die Gestaltung der Räume mit dem persönlichen Erfolg und auch wie es mir dabei geht, dass das einfach ideal ist, wenn ich das verbinde und dass daraus einfach größere Dinge entstehen, die man sich erst gar nicht vorstellen kann, dass es wirklich so ist. Also ich habe da auch in dem Kreuz gesessen und habe gedacht, wenn ich das dann mal schaffe, was die anderen, die schon länger mit dir zusammengearbeitet haben, einfach gemacht haben und entwickelt haben. Und da sind ja so manche, die ihre alten Jobs an den Nagel gehängt haben und jetzt was ganz anderes machen, jetzt ihr Herzensthema einfach auch leben. Das habe ich sehr bewundert. Und wenn ich das heute denke, denke ich ja. Und ich habe auch ganz, ganz viel verändert und mein Leben ist viel bunter, facettenreicher gewesen. Und ich glaube, dieses Eintauchen in diese Online-Welt, die gäbe es heute so nicht in dieser Form, definitiv nicht. Ja, das ist sicher auch ein Zusatz quasi Nutzen. Du hast viele Menschen kennengelernt, andere Kurse, hast Freundschaften geschlossen, Zusammenarbeit und alles Mögliche in dem Bereich auch. Also es ist auch für mich super spannend zu sehen, was eigentlich mehr entsteht, als nur Wissen vermitteln über Räume und Neueinrichten. Ja, und es ist so ein tolles Netzwerk. Also es sind einfach auch alles besondere Menschen, die einfach auch Lust haben, was zu verändern, weil die so eher immer so sind, ach, die Welt ist doof und ich schaffe sowieso nichts und ich kann nichts verändern. Die sind da einfach nicht. Und einfach sich mit Leuten zu umgeben, die einfach in einer guten Energie sind und die einfach merken, doch, ich kann was verändern, das ist einfach auch nochmal ganz wunderbar zu spüren und mit denen gemeinsam die Köpfe zusammenzustecken und dann auch nochmal sich nicht nur am Monitor zu sehen, sondern dann auch mal irgendwann zu sagen, und heute dürfen wir uns ja wieder drücken, jetzt lerne ich den Menschen wirklich mal persönlich kennen. Das kriegt nochmal eine ganz andere Tiefe dann auch. Ja, und in all den Dingen natürlich auch in Room for Success, du warst auch in der Mastermind 1 zu 1 Beratung, haben wir uns natürlich auch mit deinen Zielen auseinandergesetzt und da kommt jetzt neue Raumgestaltung. Wir sind ja auch schon da dran. Erzähle uns von deinen Zielen und Träumen und was du da alles geplant hast in deinen Räumen. Sehr gerne. Als ich in Room for Success war, habe ich irgendwann mal gedacht, wenn ich mal meine Apotheke umbaue, wie cool wäre das, wenn Maria Husch aus Wien nach Blombeer kommt und wir das gemeinsam machen. Und das war so groß und so undenkbar und so weit weg und jetzt lache ich fast, weil im April warst du bei uns. Und bist wirklich da gewesen. Und was wir nämlich jetzt machen ist, wir haben die Möglichkeit, die Apotheke zu erweitern, den Kundenbereich zu erweitern. Und diese Neugestaltung, deshalb ist es viel mehr als ein Umbau, weil wir an ganz vielen Schräubchen nochmal drehen, neben den neuen Räumen. Da begleitest du uns einfach auch. Und da werden wir einfach, und da sind wir mit einer Intention dabei, da geht es nochmal drum, oh, jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen. Wir werden eine besondere Deckengestaltung kriegen. Da hängen nicht nur einfach Lampen drunter. Mehr wird aber noch nicht verraten. Sondern wo es bewusst einfach drum geht, zu sagen, wir wollen, dass Menschen mit einem guten Gefühl, also nicht nur einfach mit ihren Medikamenten den Raum verlassen, sondern die sollen sich gestärkt fühlen. Sowohl die Mitarbeiter und das Team, wo wir da sind, aber auch unsere Kunden. Einfach durch die Räume, die wir gestalten. Und dann können wir einfach unsere Arbeit noch viel, viel besser machen. Und das ist unser großes, aktuelles Projekt. Ja, ich freue mich schon. Und ich meine, es ist ja jetzt noch nicht so, dass da irgendwelche Handwerker da sind und Umbau schon stattfindet. Aber ich habe so das Gefühl, es hat schon viel, viel bewirkt. Aha, jetzt läutet es bei mir. Keine Ahnung, wie der da kommt. Es ist sehr, sehr viel bewirkt. Was hat schon bewirkt überhaupt, so ein Projekt im Kopf mitzunehmen, Überlegungen zu machen, in die Planung zu gehen? Die Transformation beginnt nämlich oft schon viel, viel früher, gerade bei so großen Projekten. Also definitiv. Wir denken gerade sehr aktiv über die Sortimente nach. Also was wollen wir wirklich zeigen? Wir werden dann vor allen Dingen natürlich unsere Lieblingsprodukte, die werden wir in den Fokus stellen. Es geht darum, wie zeigen wir einfach auch das Team mit all seinen Facetten, unseren Kunden, auch in dem Augenblick, wo sie nicht da sind. Es geht zum Beispiel darum, auch jetzt schon in den Räumen was zu verändern, wo vielleicht Abläufe verändert werden können, wo wir jetzt schon den Kühlschrank an eine andere Stelle stellen. die mit dem eigentlichen Kundenraum überhaupt nichts zu tun hat. Wir werden neue Kleidung bekommen fürs ganze Team. Das werden wir in einem tollen Event, werden wir gemeinsam unsere neuen Kleidung aussuchen. Also alles das sind schon so Facetten, die viel mehr sind als neue Regale. Wow, wir freuen uns. Ja, wenn jetzt vielleicht da draußen, also mein Ziel ja heute von dieser Folge ist auch zu inspirieren, weil wir oft vergessen, die Räume zu nützen für den Erfolg und für alle anderen Lebensthemen. Aber wenn jetzt noch jemand da draußen so überlegt und sagt, ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das wirkt, jetzt auch in den Räumen Möbel zu rücken, um damit den Erfolg zu stärken. Vielleicht überlegt auch noch jemand bei Room for Success oder sonst in meinen Programmen dabei zu sein. Was würdest du so mitgeben noch für den Start oder für die Inspiration und Motivation loszulegen? Also wirklich da nochmal in dieses Gefühl zu gehen. Wie soll sich das anfühlen, wenn das Projekt fertig ist? Also wir sind ganz viel damit angefangen, was wollen wir für ein Gefühl haben in den neuen Räumen? Und die sind noch gar nicht da, aber in unserem Kopf und in unserem Gefühl ist es schon alles fertig. Und der Rest ist einfach ein Weg. Also wirklich, ich bin da wieder bei den kleinen Schritten und reinfühlen, wie es sein wird und wie großartig sich das anfühlen wird. Der Rest kommt dann hinterher. Ja, wunderbar. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das haben wir heute noch gar nicht hingeschaut von all den magischen Dingen der letzten Zeit? Also fällt mir, also ich denke wirklich ist es einfach mal Vertrauen und sich da reinbegeben. Also für mich war zu sagen, ich buche jetzt so ein Online-Programm, war für mich wirklich ganz neu und es ist für mich heute nicht mehr wegzudenken. Also wirklich, wir haben uns schon immer mit Profis in allen Bereichen umgeben und das kann ich allen nur noch mal sagen, immer zu gucken, ich umgebe mich immer mit den besten Leuten in einer Facette, in einem Bereich, der für mich gerade wichtig ist. Und das einfach zu tun und sich das da groß zu denken, ist ein super Invest einfach, gerade für Unternehmerinnen. Wunderbar. Ich freue mich, wie es weitergeht. Vielleicht dann im nächsten Jahr wieder mal im Podcast oder wo auch immer, würden sich ja auch Bilder zeigen von deiner neuen Apotheke und von all dem, was sich tut. Mein Plan ist auf jeden Fall zu kommen, zur Eröffnung, die wunderbaren Räume auch zu sehen und immer weiter zu gehen. Denn es gibt immer wieder einen nächsten Schritt zum Erfolg. Auch bei dir sind immer wieder Gedanken, wo kann es noch hingehen? Und ich freue mich, wenn wir da weiter gemeinsam gehen. Bevor wir natürlich jetzt da noch abschließen, noch natürlich die Frage, wo dich die Menschen finden, deine wunderbaren Tipps. Ich habe auch schon einige bekommen, die für mich auch noch mal einen anderen Fokus legen auf das Thema Apotheke und Gesundheit. Wo kann man dich finden? Wo müssen wir auf jeden Fall hinschauen? Und für alle, die mal in der Nähe von Blomberg sind oder in der Gegend, kommt vorbei. Vor allem dann, wenn die neue Apotheke vorbei ist, aber am besten jetzt schon und dann wieder. Genau. Also meine Apotheke heißt Nelken Apotheke und so findet man mich auch auf Instagram und Facebook. Aber wer speziell Inhalte zur Homöopathie wissen will, wie er da Erkrankungen behandeln kann, der schaut sowohl im Social-Media-Bereich unter homöopathische Apotheke, also so heißt auch der YouTube-Kanal, wo wir alle 14 Tage aktuell ein neues Video hochladen, wo es immer darum geht, zu schauen, wie kann ich einfache Erkrankungen selbst behandeln. Das ist also so mein Herzensthema und mein Steckenpferd. Genau. Also da einfach hinschauen und Newsletter ist in der Pipeline, aber der braucht noch ein bisschen Zeit. Also immer mal gucken und natürlich dann immer gerne auch vor Ort, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Das ist mir eine Herzensangelegenheit. Ja, wir werden natürlich alles verlinken und für alle, die auch in meinen Communities sind, ins Room for Success-Programm jetzt im Juni 2023 kommen, Katrin ist immer wieder dort auch als Vorbild unterwegs und macht noch immer all die Dinge und ich bin mir sicher, du wirst auch in Room for Success wieder hineinschauen für die nächsten Schritte, weil wir immer wieder die Dinge auch anders hören. Es gibt diesmal auch ganz neue Inhalte, spannende und freue mich riesig darauf. Vielen, vielen Dank für deine Energie, für deine Zeit und die wunderbare Geschichte. Ja, ich sage auch nochmal vielen, vielen Dank, liebe Maria, für die Einladung. Das war für mich ein großes Fest. Ja, danke dir. Ja, danke dir. Untertitelung des ZDF, 2020